Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Ako Poppy. Wir spielen Minecraft Cuboid Outpost hier auf meinem kleinen Kanal. So in Nahaufnahme sieht es ja schon ganz cool aus irgendwo. Muss ich mal so sagen. Es sieht ja gar nicht so scheiße aus. Na gut, außer mit der grünen Watthose, die ich hier annahme noch. Muss man auch ganz klar sagen. Habe ich keinen Helm mehr? Ich habe gar keinen Helm mehr. LOL. Ich habe keinen Helm mehr. Bruch einen Helm. Bruch einen Helm. 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 Okay, Freunde. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen was gemacht und ich bin fertig geworden. Ich habe tatsächlich Digging Up The Dirt habe ich durchgekaut und ich muss euch sagen, das wären, wenn ich es aufgenommen hätte, tatsächlich, ich glaube, vier Folgen geworden. Es ist so langwierig gewesen, war echt nervig und ich habe tatsächlich mich drangesetzt und habe, achso, ich habe im Übrigen noch eine dritte Diskette gemacht, weil die anderen beiden halt auch rot wurden mittlerweile und dementsprechend habe ich jetzt gesagt, ich mache nochmal eine dritte Diskette. Wenn du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist, dann abonniere doch den Kanal. Das ist kostenlos. Du verpasst keine mehr Folgen mehr und hast dadurch einige Vorteile gegenüber Nicht-Abonnenten. Zum Beispiel, dass du immer eine Erinnerung bekommst, wenn ich eine neue Folge hochgeladen habe. Wenn dir gefällt, was du hier siehst, dann drück doch bitte mal den Daumen nach oben, denn dann werde ich bei YouTube besser gerankt und habe dann vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer und wir können immer noch ein bisschen besser interagieren. Das ist ganz toll, würde mich mega freuen, wenn du das einfach mal machen würdest. Dankeschön. Ich habe hier die ganze Kiste voll mit jeweils ein Stack und hier auch mit Stack und hast du nicht gesehen. Also das hat er alles schön gedüddelt hat er. Da habe ich zwischendurch schon mal Kartoffeln gebraten und gegessen, habe dadurch jetzt vier weitere Lebens-, also vier Zusatzherzen, so, habe ich jetzt bekommen. Ich habe schon Karotten gegessen und ich habe Brot noch nicht gemacht. Weizen, Weizen, wir müssen auch noch machen. Weizen, Weizen. Okay, dann habe ich mir überlegt, könnte man ja weitermachen und sagen, wir haben ja hier mit den Furnaces gemacht und ich würde gerne noch den Rainbow Furnace machen. Ja, würde ich gerne tun. Dafür brauchten wir aber Glas und zwar buntes Glas. Und das bunte Glas, dazu brauchten wir Blumen. Die Blumen habe ich tatsächlich angepflanzt und zwar, ich weiß gar nicht, warum ich so komisch spreche, aber ich tue es mal. Nein, habe ich hier mit Bonemiel entsprechend dann auf dem Gras, auf dem Rasen mit Bonemiel rausgehauen und dann kamen irgendwann halt rote und gelbe Blümchen und die habe ich natürlich da oben irgendwo stehen, liegen gepackt. So und zwar genau hier. So, die haben wir mal gemacht. Guck mal, da ist eine Blume, die heißt so wie ich. Daraus machen wir jetzt erstmal Farbe. Wobei, warte, kann man die nicht auch verdoppeln? Ich verdoppel ja gerne und hätte ja schon gerne. Ähm, vielleicht. Maybe aus einem macht zwei oder sowas. Crusher. Ah, da kriegen wir nur wieder Biofuel raus. Okay. Och scheiße, ich habe missgemacht. Enrichment Chamber. Daraus kriegen wir zwei und das war mir doch. Irgendwas war so gewesen. Achso, ich habe tatsächlich die Settings und dann müssen wir nochmal Top Right machen. Das habe ich gemacht aufgrund von Screenshots. Deswegen ist hier die Karte eben links oben gewesen. So, dann können wir nämlich hier verdoppeln. Hätte ich bei rot auch machen müssen. Verdammt, habe ich aber nicht. Wieso nicht? Weil ich es kann. Guck mal, jetzt haben wir 48. 48, 48. Ist ja auch schön, ne? So, dann müssen wir nämlich. 5, 6. Wir machen mal 6. Komm her. Wir machen mal 6. Und können da nämlich jetzt sagen, wir machen ja einmal Orange. So, wir brauchen nämlich für dieses Gedöns. Ach, den haben wir sogar auch hier. Das ist schön. Brauchen wir einmal Red Stained Glass. Super. Ich freue mich. Red Stained Glass. Dann machen wir das doch mal. Ne Red Stained Glass. Das hätten wir. Dann brauchen wir Oange. Oange Stained Glass. Haben wir. Dann brauchen wir Yellow. Yellow Stained Glass. Es ist alles so in meinen Augen so unnötige zusätzliche Products. Green Dye. Wir brauchen... Ja, das können wir machen. Wir brutzeln das mal fix durch. Und kriegen da nämlich jetzt Kaktus Paste raus. Und da müssen wir eigentlich auch Kaktus Grün rausbekommen. kommen. Nein, kriegen wir nicht. Wie kriegen wir denn Grün raus? Green Dye. Ach, du bei Crafting. Hallo. Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich bin Ocke Poppy und ich weiß nicht, wie man Farbe macht. Sehr geil. So, dann haben wir nämlich jetzt auch Grün. So, Grün haben wir auch. Grün ist immer die Hoffnung. Muss man ganz ehrlich sagen. Grün ist einfach die Hoffnung. Das brauchen wir blau. Jableux. Jableux brauchen wir Lapiz. Lapiz habe ich hier nicht drin, sondern Lapiz haben wir hier draußen. Lapiz. Schenkst du mir dein Lapiz? Ich zeig dir, wie es geht. Weiß einer, wo Lapiz ist? Leute, die ist ja grün, die Kiste vom Inhalt. Krass. Hallo Lapiz. Hallo Lapiz. Hat einer Lapiz gesehen? Hat einer Lapiz gesehen? So. Haben wir blau. Wui. So. Dann können wir damit weitermachen. Und zwar können wir machen. Können wir machen. Bleu. La Bleu. So. Und dann können wir machen. Purple. Purple. Purple machen wir aus La Red und La Purple. Eigentlich brauchen wir nur einen davon. Egal. Scheiß drauf. Das passt schon. So. Dann können wir nämlich machen. La Purple. La Purple. Und dann können wir machen. La Magenta. La Magenta. Magenta geht aus. Wo kriegen wir Pink? Pinke Bank. White. Wo kriegen wir White her? Okay. Aus Bonne Meille. Bonne Meille. So. Wir machen mal drei Stück. Komm. Das passt schon. So. Dann machen wir nämlich hier noch Purple. Purple aus Pinke. Pinke und Rotte. Pinke und Rotte. So. Und daraus können wir nämlich jetzt noch machen. Machenta. Let me make Machenta. So. Und dann haben wir hier Machenta Glass. Und jetzt. Dark Oak Planks. Nein. Verdammt. Wo ist der hin? Hä? Wo sind die Öfen? Nitherit Fournase. Niterite. Da. Warum nimmt er den nicht automatisch? Ich verstehe es nicht. Und wir haben den Rainbow Core. Ja. Sehr cool. Den haben wir. Und wir kriegen noch einen zweiten dazu. Noch geiler. Und können jetzt sagen, wir machen hier ein Rainbow Furnace. einen ganz besonderen Furnace. Einen ganz besonderen Furnace. Und dieser Rainbow Furnace. Wir erinnern uns immer noch. Wir können da sogar zwei draus machen. Wir erinnern uns immer noch an den Furnace, den wir letztes Mal hatten. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Alter, pass auf. Wir machen jetzt mal ein Stack. Ich habe das auch noch nie gehabt. Wir machen jetzt ein Stack. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle. Eine Kohle. Kohle. Eine Kohle. Wir nehmen nur eine einzige Kohle. Die muss ja reichen. Und jetzt pass auf. Alter. Ich auch. Flup. Ein Stack, Alter. Ohne Witz. Instant. Ich finde das so geil. Ich finde das sowas von geil. Instant ein Stack, Alter. Wie geil. Besser geht es nicht, oder? Ist doch einfach so. Wir haben jetzt hier ein Stack. Wir haben jetzt einen Ofen, der Stackweise brät. Alter, wie krass ist das bitte? Ich habe den noch nie gehabt. Ich habe sowas echt noch nie gehabt. Und ich bin der Meinung. Oh, da gibt es aber auch noch. Der sammelt die. Wie geil ist das denn? Der sammelt die XP's da drin. Habt ihr das gesehen? Ich habe den gerade abgebaut und der sammelt die XP's da drin. Ich habe jetzt die XP bekommen für diesen 1 Stack. Ähm. Eisenwasser gebraten haben. Wie geil ist das denn bitte? Alter, wie cool ist das denn? So, pass auf. Wir machen weiter. Ich stotter gerade so ein bisschen. Ich stotter gerade so ein bisschen. Systemmeister. Der sagt dir ganz genau. Es fehlt hier noch so ein Block of Redstone. Wer fehlt denn noch? Und es fehlt dir hier noch so eine Fackel. Drei Fackeln. Okay. Ist keine Quest. Drei Fackeln. Und können dann einfach sagen. Ja komm. Wir machen das mal so. Und haben dann einfach mal so instant so ein Wireless-Transmitter-Heater-Gedöns gebaut. So. Weißt du? Finde ich voll geil. So. Does it use microwaves? Wie cool ist das denn? Once you have a wireless heat transmitter, you will need to make a wireless heat receiver for each furnace you want to power wirelessly using energy. Simply make a wireless heat receiver and put it in the fuel slot for your chosen furnace and it will no longer be burnt fuel. Okay. Das heißt das Ding knall ich. Da bin ich jetzt mal gespannt. Den knall ich hier dran. Und dann hat der Strom. LOL. Ja. Okay. Ja gut. Der braucht wahrscheinlich jetzt einfach. Der braucht jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen Sonnenenergie. Dass er wieder so ein bisschen saftet. Saft. Aber das wäre ja mal awesome. Wenn das gehen würde. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also ist für mich das erste Mal jetzt. Dass ich hier aus Strom brennbares Gedöns mache. Dass man. Weil das wäre ja schon awesome. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Huch. Hui. Ja. Lade. Lade. Lade mit Gott. Aber lade. Komm. Hallo. 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 Weil du hast ja eigentlich null Energieverbrauch. Warum lädt der nicht? Ach. Wahrscheinlich weil ich hier noch irgendwas eintüten muss. Okay. Alles klar. Das heißt. Wir gehen jetzt erstmal hier unten runter. Und machen jetzt. Mit der. Mit der. Mit der. Empfänger Seite weiter. Was ja so auch nicht schlimm ist. Ähm. Und da haben wir. Außer der Gerät. Eigentlich. Komm. Wir haben es. Wir haben es. Wir brauchen es ja wahrscheinlich sowieso nochmal. Und. Dementsprechend. Machen wir mal so ein paar. Komm. Egal. Egal. Komm. Das wird schon. Das wird schon. So. Quest completed. Do it have microwaves. Wenn wir jetzt sagen. Wir knallen das Ding hier rein. Hat der jetzt. Has yet to be bound. To an energy. Ah. Okay. Alles klar. Okay. Warte. Wir müssen den CRS noch beinden. Und wenn wir den gebeindet haben. Zack. Bound to. Ah. Okay. Guck. 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 Und jetzt. Jetzt haben wir hier Säft. Wenn wir jetzt Säft haben. Zack. Und jetzt können wir sagen. Wir knallen hier nochmal irgendwas zum Burn rein. Potatoes. Komm her. Wir machen wir Potatoes. Flup. Haben nochmal eben so ein Stack Potatoes gebrötelt. Sehr cool. Wie cool ist das denn. Jetzt ist nur die Frage. Sieht man das da oben. Das ist für mich echt neu. Diese Mod. Iron Furnace. Mit der habe ich echt noch nichts gemacht. Wie geil ist das denn. Muss ich ganz ehrlich. Wie geil ist das denn. Okay. Weil das wäre ja eine Option jetzt unten. Wenn wir das Lager bauen. Dass man dann halt wirklich sagt. Weil dann brauchst du ja nicht mehr. Wenn das Stackweise geht. Pass auf. Der lutscht das ja ohne weiteres durch. Dann können wir hier die Produktion hinbauen. Und machen. Und machen. Und machen. Und machen. Und machen. Und machen. Oder wir bauen das unten im Boden. Und setzen hier die Üfen hin. Und von hier geht es dann. Führen das hier rein. Und von hier geht es dann. In Drawer. Ähm. Genau. Genau. Und von da geht es dann in Drawer rein. Oh. Das ist cool. Glaube ich. Also ich hoffe es. Zumindest. Und wenn wir dann nämlich sagen. Du kommst hier die. So. Dann brauchst du ja auch nie Kohle. Du brauchst nur Strom maximal. Das ist ja auch cool irgendwo. Ne. Wie geil ist das denn. So was haben wir noch. Ein Augment. Okay. Fuel Efficiency. If you would rather burn fossil fuels. Or want to reduce energy consume. You can do that. So more of a sense. It reduces fuel consuming by 50%. But cooking times takes 25% longer. Okay. Aber gut. Wir müssen es machen. Es ist ja im Endeffekt. Quest Buch. Das ist. This argument. Doubles the furnace's cooking speed. Takes half. Alter. Jetzt noch schneller. Überleg mal. Was haben wir hier noch mit. Augment. Doubles the speed of the furnace. Without affecting fuel consuming. But limits the receipts. It can handle to blast furnace receive. Okay. Auch geil. Und hier haben wir noch. Und hier haben wir noch. This. Augment. Doubles the speed of the furnace. Without affecting fuel. But limits the receipts. It can handle to. Smoker. Ah. Okay. Da hast du dann ein Smoker Ding. Wo du dann. Äh. Wenn du smokest. Sprich. Essen bereit ist. Oder sowas. Das ist auch geil. Ne. Also irgendwie. Diese. Diese Mod. Da habe ich mich noch nie mit auseinander gesetzt. Bin ich ganz ehrlich. Und ich finde die gerade geil. Ich finde die gerade wirklich geil. Was fehlt denn uns hier. Paper. We. Need. Paper. So. Paper. Haben wir hier. Haben das Augment. Das ist natürlich die große Frage. Wenn ich jetzt sage. Ich lutsche die mit einmal durch. Dann habe ich ja im Endeffekt die Quest completed. Und pass auf. Alleine nur für den Screenshot. Nur deswegen. Gehe ich da wieder hin. Dann haben wir das nämlich oben links. Und dann können wir nämlich oben rechts. Da haben wir den Screenshot. Da können wir einen schönen Screenshot machen. Sieht cool aus. Ähm. Find ich auch. Oh. Was brauchen wir dafür. Wir brauchen. Sugar. Haben wir. Wir brauchen. Haben wir. Wobei. Wir brauchen noch einen Schmoker. Schmoker. den Schmoker. Wir brauchen. Blast Furnace. Wir brauchen. Ähm. Smooth Stone. Das heißt. Wir müssen Stein nochmal beraten. Stein. Haben wir noch Stein. Ach. Quatsch. Ist ja englisch. Stone. Ich mach ruhig mal ein bisschen mehr. Ähm. Weil wir werden es. Möglicherweise. Tatsächlich. Doch nochmal benötigen. Muss ich so sagen. Flup. Und wenn nicht. Haben wir es halt. Einfach weil wir es können. Einfach nur. Weil wir es können. Dann ist das gar nicht mehr so teuer. Ja. Augment. Ich habe. Das mit Absicht mal so gemacht. Weil wenn ich das nämlich jetzt nehme. Dann haut er das nämlich mit einmal raus. Weißt du. Und damit ich den Screenshot auch habe. Brauche ich das einfach mal so. Das sind halt so die kleinen Trixi halt. Ist ganz normal. So. Pass auf. Diese Dinger. Diese Augments sind im Endeffekt nichts weiteres als Upgrades. Erweiterungen. Tuning Dinger und so weiter und so fort. Und die kannst du hier zum Beispiel in diesen Slot reinsetzen. Und damit hast du dann eben die Erweiterung. Oh. Oh. Right Click geht auch. Warte mal. Wenn ich das so mache. Zack. Ist auch drin. Sehr geil. Na. So. Dann hast du nämlich jetzt hier den. Ähm. Den. Den. Den Blasting. Für Cooking. Im Endeffekt. Halbiert die. Die Kochzeit. Für Blasting Receipts. Ähm. Hier drin hast du halt dann die. Halbiert die Kochzeit für Smoking Receipts. Sprich Essen. Und hier hast du halt die. Ähm. Erweiterung. Äh. Heats up the furnace. Ähm. Viertel. For all Receipts halt. Ne. Hier ist eben noch das Augment. Äh. Äh. Halbiert die. Die. Die Cooking Zeit. Aber braucht eben mehr Fuel. Also mehr. Mehr Strom. Dafür. Ne. Das sind halt so die Sachen. Ne. Äh. Reinbürzt vor allem. Was ist denn das für ein Wort? Reinbürzt. Reinbürzt. Also ich kenne. Ich kenne zwar die Rainbirds. Aber nicht Reinbürzt. Also. Okay. Alles klar. Ähm. Ist schon spät. Schon. Schon spät am Abend. Und von daher passt das alles. Gut. Freunde. Ich würde sagen. Wir haben schon wieder so eine kleine Idee. In Richtung. Äh. Lagererweiterung geschaffen. Ähm. Das ist schon cool. Es. Es wird. Freunde. Es wird. Es wird. Es wird. Wir gucken. Und dabei konzentrieren uns jetzt zumindest in der Aufnahme auf die technische Geschichte. Jetzt habe ich gar nicht glaube ich. Äh. 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 Ähm. Die letzte Folge im Endeffekt. Ne. Also wie gesagt. Wer das noch nicht gesehen hat. Wer nicht weiß worum es hier geht. Einfach nochmal alle Folgen in der Playlist gucken. Überall den Daumen nach oben geben. Und am besten euren Kommentar schreiben. Das wäre noch geiler. Ja. Und. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Abo da lassen. Und. Glocke drücken. Auch wichtig. Ähm. Wir haben uns unter diversen Videos schon unterhalten. Und. Festgestellt. Dass es tatsächlich irgendwie geht. Dass auch die Leute. Die. Schon länger. Ähm. Abonnent dieses Kanals sind. Auch keine Benachrichtigung mehr bekommen. Danke an YouTube. Einfach nochmal deabonnieren. Neu abonnieren. Und dann die Glocke aktivieren. Und dann hast du auch alle. Alle Erinnerungen wieder neu drin. Keine Frage. Deswegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an die Glocke. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Part. Hier auf diesem Kanal. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. An